Markus Vögli, Sie sind CEO von Charles Vögli. Der Name Charles Vögli wird nach der Übernahme durch die Lienisch Sempione Retail verschwinden. Wie sollen die Schweizerinnen und Schweizer die Schweizer Traditionsmarken in Erinnerung behalten? Ich bin überzeugt, sie werden sie sehr positiv in Erinnerung behalten. Es ist ein Schweizer Traditionsunternehmen, das bei allen in der Nähe immer gestanden ist, durch ein sehr dichtes Filialnetz. Wir sind familiär und herzlich in Erinnerung. Das vor allem dank unseren sehr sympathischen und engagierten Mitarbeitern. Jetzt schreit die Übernahme schnell voran. Bis wann kann man noch in Vögli-Filialen Kleiderposten gehen? Die Übernahme erwarten wir von sogenannten Jahren. Dann wird an den Umsetzungsplänen gearbeitet. Sicher wird noch bis Mitte nächstes Jahr Charles Vögli im alten Kleid und mit der bekannten Charles Vögli-Kollektion unterwegs sein. Dann wird langsam ein wenig umgestellt. Schauen wir uns noch den Gesamtmarkt an. Wie würde ich sagen, hat sich Textilmarkt jetzt in der Schweiz in den letzten Jahren entwickelt? Der Textilmarkt ist wie auch der ganze Retailmarkt in der Schweiz enorm unter Druck. Einerseits ist das Online-Geschäft zunehmend am Wachsen und holt sich Marktanteile. Andererseits spüren wir vor allem seit der Euro-Freigabe Anfang 2015 einen enormen Preisdruck, wo sich einerseits äussert darin, dass sehr viele Schweizer im Ausland zu Euro-Prisen einkaufen gehen gehen und andererseits sehr viele ausländische Retailer auch in den Schweizer Markt drängen. Wird es in der Zukunft noch mehr Online-Player geben oder wie denken Sie, wird es jetzt weitergehen? Ich glaube, der Druck aus dem Online wird sicher weiterhin bestehen bleiben. Es wird aber gleichzeitig auch den Preisdruck nicht nachlassen, aus Europa heraus. Und das wird die Herausforderung sein, für alle Retailer in der Schweiz, sich permanent neu zu finden und den neuen Gegebenheiten anzupassen. Was ist alles im Modell des Showrooms? Es gibt ja viel, dass man Kleider quasi ins Geschäft ansehen und dann online bestellt. Ist das auch eine mögliche weitere Entwicklung? Ja, wir reden von dem, wie weit es es heute schon gibt und erfolgreich betrieben wird, bin ich ehrlich gesagt nicht überzeugt. Aber sicher wird das eine der Herausforderungen des Retails sein. Einerseits das Verkaufserlebnis auf der Fläche zu bieten und andererseits die Vorteile eines heutigen Online-Geschäftsmodells damit zu kombinieren. Herr Vögel, besten Dank.